Heute gab es wieder einen tollen Zeichenkurs in meinem Atelier. Wie unschwer zu erkennen ist zum Thema Augenzeichnen. Das schönste ist immer, wenn wir zum Ende kommen und das Vorher-Nachher-Bild vergleichen. Da freuen sich immer besonders die Teilnehmer. Was fällt dir noch schwer beim Augenzeichnen? Schreib es mir gern in die Kommentare und ich helfe dir weiter.